Warte, hier ist die Schnitz. Aber die erste Reihe. Nein, das sind deine Wurstfinger. Die Wurstfinger. Die Wurstfinger. Man kennt Cartman, man macht Volksmusik. Okay? Also wenn du mich sprichst, das ist Heidi. Das ist Heidi. Das ist Heidi. Das ist die Entscheidung. Was ist das für Gagse? Also bitte nicht noch einen Tag kaufen. So einen haben wir schon. Mein Eis wie schön. Oh wie schön. Oh wie schön. Hey! Hey! Hey!